Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Strohschippe, Bogreta! Nein, lass dir das stehen, was du nicht magst. Kannst du ja aussuchen. Schau gleich, dass dir der Essig nicht noch saurer wird. Du musst das Pferdegetrappelt von dem ganzen Heufarm übertunen. Ja, das hab ich schon verstanden. Sie bröt so drüber. Was gab's denn? 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 Jetzt darf er uns aber bald kommen. Da fährt ein Leiterwagen vorbei, hoch aufgesetzt mit Weizen. Und der Hauserbauer lenkt laut die beiden Ochsen. Aber da er den Oedenhuber stehen sieht, fährt ihm eine jähe Röte ins Gesicht. Was der wieder zum Gaffern und Spionieren hat da drin. Dem geht es aber noch dick einhärend, dem Hungerleiter. Der legt auch lieber 13 Aufsätzen auf sein Kino-Wagel auf. Alles gang. Bei dem möchte ich einmal Hand-Ox sehen. Was glaubst du denn, Banderlwirt? Schau lieber, dass dir dein Essig mit Nuss saurer wird. Der Rumpelhahn. Schnappen, Elendige. Ichin-L我们 минимcurrent. Schnappen, Elendige. Ichin-L ich Vielen Dank.